Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Hyperdimension Neptunia Rebirth 1 oder so, glaube ich, war es. War auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Name und das letzte Mal haben wir aufgehört, jetzt ist dann ja nach dem quasi Tutorial, ich denke mal das ist soweit vorbei und hier sind ein paar neue Ortschaften aufgepoppt. Was ich komisch finde, meine, ich hoffe das ist jetzt nicht so laut alles, weil meine Einstimmungen, die werden jedes Mal wieder zurückgesetzt, das ist schade, doof. Aber gut, das macht ja nichts, wir gehen einfach mal direkt in Planet, ne, Plane, Blane, Blane, Tune, Blane, Tune, Blane, Tune, wie war das, Blö, egal, ja, da gehen wir einfach mal hin, das hört sich doch cool an. Ähm, Information, gehen wir mal gucken, Shake Q, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn macht, aber, okay, er hat was zu sagen. Letztendlich wohnen wir zu einem Sound von etwas, die auf dem Boden schlägt. Jetzt kann er nicht mehr schlafen, okay. Okay, Kн decaro, Gild... 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 Okay, KBAG desu fighting... Eh still.. Das ist ein Schwerpunkt, wie ein Schwerpunkt. Ah, das ist das, das ist das, das ist das. Wenn du willst, kannst du hier aufpassen, kannst du hier aufpassen. Du hast du jetzt noch gearbeitet? Du hast du jetzt noch gearbeitet? ... oder einfach nur eine einfache Verwendung und einfach einfache Dinge. Ich werde hier so eine solche Dungeon-Tanzag durchführen. Dann können wir die erste Dungeon-Tanzag zum Erfolg machen! Ja! Ich bin mit zwei! Wie kann man Quests bekommen? Das ist doch schon mal schön. Okay, das ist schön, ne? Okay. Ah, das sind, äh, Defeat Unlimited Quests. Ah, das ist schön. Das wird manchmal, in vielen RPGs wird das nicht beschrieben, dass man die Quests immer und immer und immer und immer wieder machen kann. Okay, neue Quest, Quest Limits. Okay, hört sich gut an. The Law of a Hero. Cool, okay, ist gebombt, werden wir schon hinkriegen. Report Quest? Complete Quest? Ach so, das sind die ich, ja, klar. Natürlich, lobe ich. Die kann ich immer wieder machen. Es gibt Boxer X-Soul. Da weiß ich aber auch nicht genau, was man damit machen kann, aber ich denke mal, das ist alles für Pläne wichtig. Dogu Damage. Nehmen wir natürlich eigentlich alles mit. Die haben wir auch schon getroffen. Undo, The Law of a Hero, Super Otako. Okay, es gibt hauptsächlich irgendwie Booster etc. Prison, Tulip, Clyde, Mrs. Clyde, Pixel Vader. Okay, dann nehmen wir die an. Können wir alle annehmen? Bestimmt. Details. Ah, okay, Details gibt es auch. Angenommen. 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 Und die auch noch. Und die auch noch. Okay, dann kommen wir hier wieder raus. Und, oh, nochmal eine Information. Neptun. Neptun? Ich bin ruhig. Es ist ein Plan für Mac. Oh, schön. Plan für, ähm, ja, das ist auf Deutsch, äh, für Schnickschnack. So. Neptun Collection. Okay. Pat. Komm, gib mir auch einen Plan. Geil. Komm, komm, komm. Ja, gib mir auch einen Plan. Change items. Was? Change items? Okay. Irgendwie items checken. Gut, gehen wir mal in den Shop. Was ist denn? 12. Gut, die meisten Sachen haben wir bekommen durch die ganzen DLCs. Immer so kleine Sachen. Ja, so großartige Items haben wir ja auch nicht gefunden. Jelly. Behalten wir natürlich alles. Aber was kann man denn kaufen? Healing Crest haben wir. Haben wir zwei Stück. Reicht. Detoxin brauchen wir nicht. Hm, oh, ein Bambu-Short. Short. Schade, man sieht leider nicht, äh, doch, hier sieht man es. Ich dachte mal, kein Equip. Ach, sie kann das auch fragen. Boah, ich komme mir aber hier mit den Werten nicht klar. Das... Ne, Schwert. So, kann nur sie. Ja, gut. Da geht aber Agi geht runter. Dafür geht Int hoch. Und Stärke geht hoch. Und Tech geht runter. Minus 5, Luke? Luke, 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 Luke. Ist das sowas wie Luck? Ich weiß nicht. Minus 5, Luke. Sunfish Int mehr. 30 Agi mehr. Ne, hä? Verstehe ich nicht. 100, 100, 100, äh, Credits. Wie viel? Wo steht? Ich hab 227. Okay. Ja, gucken wir mal nach Ringen. Hier haben wir, äh, da haben wir natürlich gar keine. Und da geht auch einiges recht hoch. Stärke geht hoch und Int. Hier geht Stärke weit aus dem Meer hoch. Finde ich mal eigentlich geiler. Wobei man bestimmt beide tragen kann. Kann man beide tragen? Sie könnte natürlich mehr Int gebrauchen. Dann sie ist die Heilerin. Hier, warte mal. Das Witt. Warum steht denn da unten was anderes? Ne, bei ihr steht da was anderes. Achso. Ne, auch nicht. Oh, ich... Quatsch. Witt, hä? Was ist denn Mähen? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Aber... Wir kaufen, glaube ich, erstmal nichts. Boah. 1000. Okay, das ist viel. Auch 1000. Das sind Rüstungen. Ja, Rüstungen wären natürlich am geilsten bisher. Haben nämlich noch gar nichts. Okay, ne, okay, lass mal. Boah, was? Healing Crest 100? Boah. Das war ja. Boah, die Preise sind nochmal gesalzen. So viel hab ich noch gar nicht bekommen. Neues Event. Oh, okay. Gucken wir erstmal, was hier steht. Mrs. Manuel. Jo, okay. Klar, man soll, äh, die Viecher am besten treffen, bevor sie einen berühren. Ähm... Sonst wird man, äh, surprised. Was ist eine Treasurersearch? Wo ist eine Treasurer in jedem Dungeon? Es gibt scheinbar immer nur eine, ähm, gesteckte Kiste. Dann geht die Lass. Okay, man kann, äh, immer mit seiner MB kann man halt immer was ändern oder machen. Und, wie komme ich da jetzt überhaupt hin? Genau. Party, Status, Quest, Plan. Wirtel Forest. Eater. Healing Port, Healing Port Plan. Ich denke mal, da muss ich mich noch reinfinden mit, mit dem ganzen Live-Fragment. Wo fließt ein Live-Fragment? Was gibt das? Ja, Dubu-Jedi habe ich sogar alles voll. Dj'de. Eh, was kriege ich denn dafür? Waaaaaaaah trazer was kriege ich denn dafür? 하!! Nepp reinvent, Plan. Okay! Da weiß ich leider nicht, was ich da für kriege. verstehe ich nicht so ganz hier kann ich noch gar nichts machen ich kann nicht die items ändern die ich aufhebe verstehe ich nicht so ganz neppbull life fragment was ist denn das life fragment na gut da werde ich wohl mal so mal reingucken und mich mal da reinwurschteln ansonsten equipment war ja eigentlich auch nichts items auch nichts besonderes nee gar nichts nö riesenario ja doch was ist das hier das ist so gut vom start attack hm entschuldige irgendwie keine ahnung denn in ja in ja ja